was geht ab liebe leute heute habe ich ein anderes video für euch denn ich habe mir ein longboard gekauft für 77 euro 95 jeder sagt man soll solche billigen boards nicht kaufen aber ich probiere es jetzt heute mal für mich aus und für mich natürlich weil ich habe keinen bock 150 euro auszugeben also minimum und einfach zu teuer und ich bin auch ein anfänger von daher die technischen daten zeige ich mal hier irgendwo und jetzt wird ausgepackt und messer da haben wir schon das prachtexemplar da ist das bord so sieht es aus von vorne und so von hinten sieht ein bisschen kindisch aus aber ich finde es ganz witzig und es hat led leuchtrollen ja und dann gehen wir langsam zum praxistest das ding wurde erst eingeschweißt und dann wird zusammengebaut ist ja mega schlecht was kann noch gemerkt habe die haben das werkzeug vergessen das wurde extra noch mit bestellen aber warum hier sehe ich nichts so eine scheiße hier ist es etwas dunkler und die leuchtrollen funktionieren auf jeden fall richtig gut ich fühle mich wie so ein kleines kind richtig geil schauen wir mal wie der flex ist okay wir machen kleinen anlauf test schauen wir mal wie war das ding rollt aber bis jetzt ist es ziemlich gut gerollt ja also ich habe es gerade ziemlich schwach angerollt und das ding ist ziemlich nice also für 77 euro kann man echt nix sagen geil also ich muss sagen das bord ist es auch nicht krass schwer sind vielleicht drei oder vier kilo und bin extra den buckel hochgelaufen und ich bin voll klar mit dem heben also habe ich mir schlimmer vorgestellt ich habe das fahrzeug eigentlich schon abgedreht aber ist gerade egal weil ich wollte noch mal nachts rausgehen weil das sind die led lampen richtig geil vor allem für eltern die das ihren kindern schenken wollen und angst haben dass sie nachts nicht aufhalten im longboard damit fällt man auf jeden fall auf ziemlich geil so ein kleines fazit nach zwei stunden rumheizen es ist ziemlich nice also es läuft ziemlich gut die leds natürlich ziemlich witzig also selbst als erwachsener mann kann ich das sagen auch das gewicht geht voll klar wenn man nicht gerade zwölf jahre alt ist also da kann es schon ein bisschen in den arm gehen als erwachsener mann geht das voll klar und muss sagen es ist sein geld wert nur es sind halt so kleine paar makel von wegen hier wo ich schon ausgepackt habe hier ist schon angerissen gewesen hier zieht es irgendwelche blasen oder so also es ist nicht so geil verarbeitet aber für 77 euro kann ich es nur weiterempfehlen wenn ihr das ding auch mal anschauen wollt ich packe euch den link erste link in der beschreibung von dem longboard und wenn ihr darüber einkauft kriege ich natürlich ein bis zwei prozent wäre richtig nice dankeschön dafür und wie gesagt